so was haben wir denn hier okay die zwillingshallen eine der ältesten spaltfestungen den paladinen zufolge spuckt es hier mag schon sein auf jeden fall könnte mal jemand abstauben okay die laufen links und rechts wenn ich hier reinlaufe komme ich bin ich hier oben ok ok ich brauche definitiv einen bogenschütze bogenschütze ist sehr gut ok jetzt bogenschütze muss ich mir weiter erstmal umgucken sieht es denn sonst hier drin aus hier irgendwelche aufgänge ach das ist hier okay das ist hier hier kann ich auch noch mal bogenschütze stellen ok 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 ich will stachelwände stachelboden zum das gibt es abgründe gibt es abgründe hier am anfang gibt es abgründe wo ich sollte leute reinwerfen könnte will ich sie in die abgründe werfen aber das ist problem es ist ein sehr breiter weg ach das ist für meinen für meinen zaubermaner mit dem ich schieße ne dann brauche ich doch das noch nicht jetzt jetzt habe ich es verstanden okay ich weiß halt nicht welche seite zuerst kommt erstmal die bogenschützen aufstellen dann alles ich weiß ja ich weiß nicht Ich diene dem Orden. Mein Wogen ist euer. Bereit zu dienen. Nennt mir eine Richtung. So, da. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass er aus der Tür zuerst kommt. Ja, kommen sie auch. Sehr gut. Ich bin in der Osteil. Ich bin in der Osteil. Ich will nach Hause. Das Fass war cool. Das hätte ich mir vielleicht aufheben sollen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich das aufgehoben hätte. Oh nein, die sind auf der anderen Seite. Ah, ah. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf! Sie sind in der Westhalle! Beste Halle! Ist deine Axt da weg? Wie geht als Netz? Lauf, 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 lauf! Ich bin halt aus dem Weg! Au! Warum ist das eben? Den Tod nur so eben? Meine Füße! Du hast doch fallen auf! Zack, Bumm! Oh, fein! Ich bin echt nicht gut! Okay, ähm... Okay, wir kommen auf der Seite. Okay, wir gehen. Ich bin echt nur noch in der Mitte. Wäh, wir sind nicht nur noch in der Mitte! Okay, jetzt muss ich doch ein bisschen schneller schießen. So, jetzt kommen sie bestimmt von der anderen Seite wieder. Ah ne, ich kann sie wieder entfesseln, sehr gut. Ich hab mehr Geld. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles mal so. So, klare Feuer. Und was? Wo müssen sie entlang, damit ich Feuer machen könnte? Kann sich hier ganz am Ende mal verfeuern. Ihr könnt hier aber auch noch ein paar Bogenschützen hinschießen ans Ende. Da hatte ich nämlich noch keine. Kann ich vielleicht sogar zwei? Ja, dann mach ich das lieber so. Sicher, sicher. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellarenkiste. Okay. Dann kommt mal rein. Komm wirklich von beiden Seiten. Ich meine da rein. Will runter. Das ist eine Überraschung. Seit wann arbeiten Orcs und Oger denn zusammen? Na gut. Los geht's. Es ist eine Freude. Oder nicht. Ist das eine Leber? Ist das eine Leber? So, die Seite ist durch. Jetzt zur anderen Seite. Auf. Au. Der hat mich. Au. Der hat mich. Au. 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 Ich muss mal umfallen Okay, ähm... Gehunderte Vielleicht stehen genau unter vielleicht Wow, warum sind die schon so weit? Auf der anderen Seite... Oh, das hat sicher wehgetan Oh, Mist Oh, das ist ein Leer 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 Die wollen es echt wissen Okay, ähm Oh, das wird mir mehr weh tun als dir Ach nein, andersrum Also Pirate Game geht doch, oder? Wer will mehr fallen? Ich! Ich! Hier fehlen genau sieben Punkte Ja Natürlich ärgerlich Ne gut Ich! 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 Was soll das heißen? Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo der Bogenschütze gefallen ist. Der lebt. Welcher Bogenschütze ist tot? Da oben sind noch zwei. Da ist einer weg, okay. Oh nö. Ich kann hier alles gar nicht gebrauchen. Gott, er ist weg. Sie ist auf der anderen Seite, oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Ich muss mich übergeben. Wechsel deine Anast. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Was machen wir noch? Nein, da drüben ist noch einer. Ja. Ja. Ich muss mich übergeben, ich bin ersterben. Habe ich mich verschrieben? Untertitelung des ZDF, 2020